Willkommen bei Vela LED. In diesem Video stellen wir unsere Neuentwicklung vor. Eine Nachrüsthalterung für Juwel-LED-Aquaiin. Die Halterung im Detail auseinander und zusammengesteckt. Am Beispiel eines Nachrüstset. Es ist jetzt sehr einfach, zusätzliche LED-Lichtleisten nachzurüsten. Die Original-LED-Röhren von Juwel werden die Halterungen zusammengesteckt. Es muss nichts mehr geschraubt, geklebt oder gebastelt werden. Im Original-Deckel eingebaut. Ein Klappmechanismus wurde auch realisiert. Es können bis zu vier LED-Lichtleisten ergänzt werden. Mit unserer Neuentwicklung vereinfachen wir alle Umrüstungen mit LED. Euer Vela LED-T